Wir haben mit dem griechischen Ministerpräsidenten gesprochen. Es war ein sehr freundschaftlicher, konstruktiver Austausch, aber es ist auch klar, es muss weitergearbeitet werden mit den drei Institutionen. Es ist noch eine ganze Menge zu tun. Frankreich und Deutschland haben Griechenland und dem griechischen Ministerpräsidenten angeboten, wann immer Fragen zu besprechen sind, wann immer Hilfeleistung zu geben ist, diese zu geben. Aber der Abschluss muss mit den drei Institutionen gefunden werden und es muss sehr, sehr intensiv gearbeitet werden. Dankeschön.